Da fehlt ein Band. Eins, zwei, drei, fünf. Toll. Fragen wir doch mal Frau Krüger, wo die vier geblieben ist. Du, Frau Krüger, ich glaube, wir haben ein Problem. LWL-Polsenmuseum, Maike Krüger. Ach, Mensch, das ist ja super, dass Sie zurückrufen. Herzlichen Dank dafür. Ich habe schon den ganzen Vormittag versucht, Sie zu erreichen, aber irgendwie, heute kommen wir nicht zusammen. Ah, okay, bei Ihnen passt jetzt auch gerade nicht. Wissen Sie was, dann lassen Sie uns das einfach auf morgen verschieben. Morgen früh, halb neun, sind wir beide am Platz. Passt das? Super, ganz herzlichen Dank. Bis dahin. Ich wollte nur... LWL-Polsenmuseum, Maike Krüger. Nein, Sie können bei uns keinen Tisch reservieren am Kaiser Wilhelm-Denkmal. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Internetseite des Wilhelm1896. Dankeschön. Kannst du da mal vielleicht nach gucken, ob wir da das vierte Buch irgendwie noch vor... Ja, du weißt ja, wo er steht. Maike, ganz kurz, kannst du vielleicht... Frau Necker, ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe schon wieder den fünften Anruf zum KWD. Ich melde mich bei Ihnen, versprochen. Danke. Können wir vielleicht einmal kurz gucken? Wolfgang, was ist mit dem Auftrag? Nein, den habe ich noch nicht raus. Du hast mir auch nicht gesagt, dass das so supereilig ist. Der liegt bei mir auf dem Tisch. Ich kümmere mich drum. Ja, ich versuche es heute noch. Danke. Haben wir gleich mal diesen Buch? Frau Necker, es ist doch jetzt gerade erst zehn Sekunden her. Ich kann so schnell nicht gucken. Ich melde mich. Danke. Die vier... LWL Preuss Museum, Maike Krüger, hallo? Ja, was kann ich denn machen? Wie, Termin... Moment, auf der anderen Leitung klingelt es gerade. Ich melde mich gleich wieder bei Ihnen. Einen Augenblick, bitte. Ja, hallo? Die Schranke geht nicht auf. Warten Sie, einen Augenblick. LWL Preuss Museum, Maike Krüger, guten Tag. Bei mir klingelt es hier am laufenden Band. Dankeschön. Frau Necker, nein, nein, ich habe den Termin noch nicht nachgeguckt. Oh, da sind sie bei mir falsch. Wolfgang, gibt es noch eine Frage? Also dieses Buch? Einen Augenblick, bitte. Ja, bitte. Du brauchst 50 Parkkarten. Oh, Frau Necker. Nein, das geht nicht. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Bitte. Sekunde. Wolfgang, es sind 50 Parkkarten. Danke, da haben wir schon drüber... Ach, jetzt doch nicht? Weißt du was? Melde dich doch einfach, wenn du weißt, was du willst. Danke. Bis dann. Äh, Maike, ganz kurz. Ah, das ist ja nicht zu fassen. Jetzt ist schon wieder Feierabend. Guck mal auf den Tacho. André, ich muss. Bis morgen. Morgen. Dann halt morgen. Jungs. Ja, bitte.